Kurz vor 17 Uhr, jetzt fahren wir gerade in Kiel ein, bei leichtem Nieselregen. Hallo, ja ich lebe noch, war ziemlich stressig, ganz ganz viele Autos und die Radl-Wegsführung war etwas problematisch, sagen wir mal so, aber wir sind jetzt am Wasser und da vorne liegt schon unser Schiff. Der Große da? Ja, da fahren wir dann nach Hamburg oder so. Das stimmt alles nicht, weil wir fahren nämlich auf Sylt, da war ich noch nie und da muss ich unbedingt hin. Und wo fahren wir vorher noch hin? Nach Flensburg. Wann? Morgen. Sehr gut. So und jetzt fahren wir erstmal weiter hinein in das Zentrum von Kiel.